Was ist die Frage, dass ich in irgendeinem meiner Vorleben schon Wasserforschung betrieben habe und nicht meine Aufgabe fertigstellen konnte? Deswegen muss ich das in diesem Leben jetzt fertig machen. Und das andere ist, dass ich in meiner Arbeit, die ich in diesem Leben begonnen habe, immer wieder auf Wasser gestoßen bin und dadurch der Wunsch geweckt wurde, zu erforschen, was das Wasser eigentlich ist. Und wie ich schon gesagt habe, habe ich wohl Aufgaben aus meinem Vorleben mit in dieses Leben hineingenommen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es auch jetzt so gut läuft, weil ich schon vorgearbeitet habe und jetzt nur noch meine Hausaufgaben zu Ende machen muss. Ich habe gesehen, dass das Wasser ein sehr, sehr wichtiges Element ist in unserem Leben. Und das Problem sehe ich darin, dass eben sehr viele Menschen jetzt auf der Welt das Wasser noch nicht so für wichtig erachten. Und auch in den Lehrplänen, in den Schulen wird nicht über die Wichtigkeit des Wassers gelehrt, nicht genügend. Und deswegen ist es, denke ich, meine Aufgabe in diesem Leben, dafür zu arbeiten, dass das Wissen über das Wasser viel besser verbreitet wird, schon ab der Schule. Und das ist, denke ich, meine Aufgabe in der Schule, dass das Wasser nicht mehr verbreitet wird, also dass das Wasser nicht mehr verbreitet wird. Also leider muss ich sagen, dass auch in Japan noch nicht, es eigentlich überhaupt kein Land gibt, in dem zumindest mit Wasserkristallen gelehrt wird, dass man dem Wasser Dankbarkeit und Achtung zeigen muss. Also das liegt aber auch so ein bisschen am Bewusstseinslevel der gesamten Menschheit. Im Moment ist es einfach so, dass das Bewusstsein noch nicht so hoch ist. Aber man kann auf einem anderen Blickwinkel aus sagen, dass natürlich noch Entwicklungspotenzial da ist, dass eben das Bewusstsein der Menschheit noch weiter angehoben werden kann. Deswegen ist es mir jetzt wichtig, Bewusstsein zu wecken dafür, dass für die Bildung der Kinder ein optimales Bildungsprogramm entwickelt wird. Nun, bevor ich mein Buch, Botschaft des Wassers veröffentlicht hatte, mussten alle diese Wissenschaftler eigentlich im Geheimen forschen. Also ich habe ja in meinem Vortrag über den Dr. Jacques Beneviste gesprochen, der von der Sorbonne verbannt wurde und dann leider starb, bevor er wieder rehabilitiert werden konnte. Aber durch meine Bücher habe ich einigen Wissenschaftlern Mut gegeben, dann in die Öffentlichkeit zu treten und selber ihre Forschungsergebnisse in Büchern oder auch mit Vorträgen zu veröffentlichen. Ja, tatsächlich ist es so, wenn man in die Geschichte zurückblickt, dass es da eine Zeit gab, in der das Wissen da war und es dann aus Gründen der leichteren Regierbarkeit der Massen dieses Wissen zurückgehalten wurde. Also die Masse dumm gehalten wurde, damit sie leichter regierbar bleibt. Ja, ich habe in meinen Vorträgen sehr häufig darüber gesprochen, aber das hat noch keine Bewegung ausgelöst. Deswegen habe ich dieses Kinderbuch hier selber geschaffen und nun reise ich um die Welt und verteile das auch und suche ja Sponsoren dafür. Das ist die erste Version, die auf Japanisch und Englisch parallel ist. Ja, das ist also ein Kinderbuch, ein Bilderbuch mit eingebauten Wasserkristallen, in dem ein Wissenschaftler, so sieht er ein bisschen wie Einstein aus, einem Kind diese Wassertheorien erklärt. Ja, ich habe gedacht, dass vor allen Dingen die Deutschen sich sehr freuen würden und habe deswegen so jemanden gezeichnet, der so ein bisschen wie Einstein aussieht, aber das hat leider nicht so gut gezogen. Im deutschen Sprachraum ist wahrscheinlich die Eule viel besser als Symbol der Weisheit. Also, als ich in Japan versucht habe, diese Bücher in die Schulen zu bringen, da hieß es immer gleich, ja, das ist noch nicht wissenschaftlich bewiesen, also das können wir noch nicht in den Lehrplan aufnehmen. Deswegen ist das ein bisschen zurückgenommen jetzt. Also, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass die Waldorfschulen, die haben das schon aufgenommen. Zum Beispiel war ich in Johannesburg in Südafrika und habe dort vor Schülern einer Waldorfschule sprechen dürfen. Nun, ich möchte gerne alle dazu aufrufen, dass wir uns erst einmal beim Wasser entschuldigen, dafür, dass wir es bisher nicht beachtet haben. Dann möchte ich gerne, dass wir alle dem Wasser unseren Dank aussprechen, ihm sagen, wie sehr wir es lieben und dass wir es ehren. Wir bestehen ja selber zu etwa 70 Prozent aus Wasser. Also, wenn wir das dem Wasser in unserer Umgebung sagen, dann sagen wir das uns selber auch und wir sagen es den Menschen um uns herum und das ist eigentlich ein sehr einfaches Mittel, um Lebensfreude zu bekommen und lange leben zu können. Ja, da haben Sie völlig recht, es gibt nichts, aber auch gar nichts auf der Welt, in dem nicht Wasser enthalten ist, egal wie hart es ist. Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dem Wasser und damit allen Dingen die Liebe und die Dankbarkeit und die Verehrung auszusprechen. Das ist das, was wir sehen. Untertitelung des ZDF, 2020